Vain von Imola Ceramica. Der ewige Zauber des Marmors, der in seinen Maserungen heterogene und mysteriöse Überlagerungen bewahrt, wie sie nur das Verfließen der Zeit schenken kann. Eine Kollektion aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, die in zweifacher Version angeboten wird, mit Schnitt in Maserrichtung oder entgegengesetzter Maserung. Ein doppelter grafischer Oberflächeneffekt, der mit vier Formaten, sechs Farben und zwei Oberflächen, Natur, anpoliert, sowohl Privatpersonen als auch Planern, unendlich viele Möglichkeiten bietet. Besonders attraktiv ist das dekorative Merkmal der Grundfliese, das eine entscheidende Rolle bei der architektonischen Gestaltung des Raums spielt. Die Ausstattung umfasst Mosaike mit Moretto-Textur als Ergänzung für Dekorlösungen, die sich durch eine größere Linearität auszeichnen, aber auch rautenförmige mit Arabesken mit Glitzereffekt, sowohl für die Boden- als auch für die Wandverkleidung. Damastgrundfliesen mit Überlagerungen von Lüsterglasuren mit schillerndem Effekt sowie Rosetten. Die Schönheit der reinen Materie, aber auch der mit Dekoreffekten verschönerten Materie, um eine besondere Atmosphäre für die anspruchsvollsten Einrichtungsstile zu schaffen.